moin moin und herzlich willkommen zurück zu die elder scrolls arena jetzt müssen wir wieder den ganzen weg zum tempel rückreisen zwei tage dauert das und los den ganzen dann quasi wenn nicht noch mal neu und okay das gut das heißt wir müssen den weg wieder durch schwimmen bis hierhin und dann wieder richtung süden irgendwie ihr seid mir egal war echt bitter in der letzten folge auf einmal meine bracers habe nicht mehr und wir mussten die flucht ergreifen hier sind wir richtig oder noch nicht ganz das heißt hier durch aber jetzt sind wir vorbereitet wir haben wieder heiltränke die genießen man deutlich schneller ich habe die volle was ruckert jetzt gerade sehr stark echt was für eine panik ich dann in der folge hatte schnell wie möglich hier wieder raus aber dann hier waren wir noch nicht ja da können wir hier den ganzen bereich mal auch das ist doch hier noch irgendwo ein weg machen wir hier zuerst so nichts jetzt haben irgendwie gefühlt nie wird so dann hier geradeaus oh schätze nice und ein belt aber noch ein schatz und ein talk sonst ist hier kein schatz mehr mal schauen was hier gibt es hier gibt es kein schatz schade wollen wir dann erst einmal hier den südlichen bereich mal komplett erkunden von die ecke ist ja auch irgendwie sieht so aus als wäre die dicht das könnte man da gar nicht hin so warte noch mal schauen genau hier geradeaus durch dann noch mal links machen wir hier schon gerade ne hier waren wir noch nicht ok stef wow das beste was man kriegen kann ok interessant was das hier für ein raum ist ein smiley trauriger smiley aber ok da kommen wir nicht hin das heißt wir müssen jetzt mal dann diesen weg hier wieder nach norden durchgehen haben wir den bereich da erkunden können der uns noch fehlt ja also durch die tür und dann rechts gibt es hier noch einen schatz das ist nur eine fackel irgendwie wer hat mich attackiert ah der ich glaube das ist ein schreibfehler das ist jetzt nicht plate boots wenn unten wäre das sonst dort na egal nehmen wir mal mit und vielleicht einmal noch healing oder zweimal und dann schauen wir mal noch hier geradeaus durch die monks wieder die monks wieder god bow so genau noch weiter nach norden und jetzt nach rechts und wieder links und ja wir gehen hier erstmal nach rechts so schilding 45 gold nice und long sword ne hier sind wir falsch die richtung da drinne waren wir schon das heißt wir müssen hier einmal rein was nix gibt's starb immer mit die die jetzt oh 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 ganz schnell heilen hier gold und der wolf hat nichts achso das war warum ist hier in der ecke licht okay hier sind noch die zwei räume das wäre es dann auch hier also dann nochmal hier hin und dann hier alles nochmal kommt nicht daran wie lang haben wir hier die schon ne beide räume noch gar nicht den anderen da auch noch nicht und das dass wir den anderen auch noch nicht erbundet haben jetzt noch einmal kurz zurück und hier auch nochmal rein hier liegt wieder ein toter mit einem bracelet nice hier den dungeon müssten wir mal öfters besuchen wenn wir geld brauchen ich glaube wir müssen den einen da rein weil hier geht's glaube ich nicht weiter oh schätzchen zombie hier ist irgendwo ein zombie irgendwo ist hier ein zombie das heißt wieder den ganzen weg zurück damit wir hier rein können und dadurch ja hier ist falsch hier hin ne das ist kein zorn oh oh der ist tot die die area above the door is inscribed with the following what flares up and does a lot of good and when it dies is just a piece of wood ja ja jetzt das ist eine gute frage boah warte mal ich mach mal kurz ein päuschen und dann sehen wir uns gleich wieder also ich hab mir mal das übersetzen lassen was auflammt und tut viel gutes und wenn es stirbt ist nur ein stück holz geht da das heißt es müsste glaube ich ein äh lagerfeuer oder sowas sein äh das muss ich mir auch mal übersetzen weil ich jetzt nicht bei im moment campfire müsste das glaube ich sein genau wie kam ich jetzt nicht auf campfire campfire passiert auch nicht wenn wir jetzt attackiert äh vielleicht dann einfach so fire torch vielleicht torch okay torch ist es also taschenlampe beziehungsweise fackeln okay aber hier sind wir richtig ah da haben wir den diamanten da ist er hier ist das aber auch riesig hier was wieder gemacht haben gesucht haben und hier ist noch so eine riesen stück wo man nicht hin kann außer man hat passwoll und hier auch nochmal ein gewaltiges stück obwohl hier waren wir noch nicht hier waren wir noch nicht das heißt wenn wir hier jetzt richtung süden gehen müssten wir hier durch diese tür einmal könnten wir hier hin lassen lassen wir da hin wir machen hier aber nochmal ein save game auf die zwei machen wir das dann so und suchen uns nochmal den weg dahin in den abschnitt wo wir noch gar nicht waren wo müssten wir dafür hin hier sind wir falsch das heißt nochmal nach norden und dann links abbiegen super ja den raum hätten wir gemusst genau ah nein schnell heilen schnell auf shielding ich gehe kaputt aber der hat nichts vielleicht nur ein paar erfahrungspunkte aber das war es dann auch ich glaube mehr hat der auch gar nicht noch ein monk komm alter so nee warte einmal pull machen 21 gold ein flail hat da aber hier waren wir schon in dem bereich also wir können wieder hier hin und gehen mal hier weiter die haben wieder nichts dann gibt es nur den raum da aber aber das war es sehe ich hier jetzt keine möglichkeit hier hin zu kommen ja dann suchen wir uns wieder den weg zurück wieder falschen weg bin echt talentiert darin den falschen weg einzuschlagen hier ich weiß jetzt nicht ob wir hier eigentlich noch weiter eigentlich looten sollten hier können wir jetzt eigentlich rein theoretisch wieder komplett zurück den weg auch mal shielding noch mal shielding ok 119 gold immerhin oh ich bin hier richtig können wir einmal kurz dahin in einem schatz da in dem raum da nochmal plündern loopen schnell shielding diese guhlems immer diese eisen guhlems immer diese eisen guhlems immer diese eisen guhlems so wie viel haben wir jetzt hier wir sind schon gleich bei 3,8 millionen nice ich dachte schon der hat hier keinen schätze mehr genau zu wolf aber wir müssen wegen gold oder so hier vielleicht öfters mal vorbeikommen wo das habe ich auch schon zum kollosen da gesagt gehabt aber mal ob es ja noch nicht gemacht na ich weiß nicht irgendwie neue dungeons finde ich doch irgendwie besser auch wenn die hier nie wirklich neu sind aber ja immer diese monks so shielding hallo so jetzt ein gold wow und ein wakizashi dann können wir hier ganz normal wieder raus dann genau hier in Richtung Norden den weg gleich kommen ein bisschen paar trolle wieder ich sehe gleich schon die gelbe schrift vor mir so der troll ist regenerated oder doch nicht ja ja der ist mir jetzt egal wir gehen jetzt schwimmen wir schwimmen hier mal noch wir schwimmen mal jetzt mal bis zur Tür bis zum ausgang hier ist jetzt keiner hier ist jetzt keiner warte mal das ist nur eine Fahne also sind zu früh tschüss hier tschüss hier süßen ja bleibt da hinten stecken ist kein problem ich weiß wo es raus geht tschüss tschüss weil wir auch direkt wieder aus einpacken so wo war noch mal die die magiergilde genau südöstlich wenn man ehrlich ist die der questverlauf ist eigentlich immer sehr sehr gleich hier in dem spiel muss muss ich leider zugegeben geil mit dem mond dahinten das mond das finde ich geil aber echt der best verlauf ist wirklich immer gleich ist einfach nur entweder zum königshaus oder zu einer magiergilde hingehen oder irgendwelche passanten nachfragen wo finden wir die nächste quest haupt quest dann sagen die welches land du musst dann reißen das land fragst du irgendwelche passanten so dann sagen die die in welche stadt ungefähr muss und dann war's dort auch well done max deus you have done this guilde a service it will not easily forget i thank you for your efforts now for my part of the bargain her walks to a table where an honor tally penned map lies there he focuses a shift of light through the diamond a moment later he inscribes the location of the crystal tower somewhere in the somerset province onto your map alles klar wie viel geld haben wir ja fast 7000 müssten mal gleich schauen dass wir vielleicht doch mal eine quest für ein königshaus machen so hier in der nähe war doch irgendwo genau so einmal hier rum ne das war ein tempel wir müssten irgendwo was mal kurz verkaufen wir haben ein bisschen doch noch was eingesammelt gehabt na wo dann sagst duダメ das soll das erstmal nicht sehen laufen wir mal schnell irgendwie ein equipment store wer weiß bleibt ist der ein mal wieder so 19 stradeln wird genau sein wir hätten immer was wird nuitzendiano wert war ok wir fragen mal die gute dame hier wer ist der nearest tor genau, nordwest alles klar, dankeschön gute dame ich glaube ich sehe den schon, das hier oder das da, wir gehen hier, die tür haben wir schon gesehen können wir da eben das bisschen was verkaufen, was wir noch haben so, sell, genau blade boots, hier 133 gold dann haben wir hier genau adamantium 1125, boah, geil bitte lasst den auch so viel wert sein äh, nicht ganz so, dann haben wir hier noch ein crystal boah, geil so, musste gerade niesen, tut mir leid oh, ein und, ah, nice lasst die auch nochmal so viel wert sein 1031, alter so, dann den hier 468, okay, geht auch in Ordnung ist in Ordnung wir sind schon zumindest bei 12.000 welt 2.900 3.900 der tor 93 ja, man 93 so, haben wir noch was ne haben wir nichts mehr okay okay, dann können wir uns jetzt in, äh in Cloud Rest den Bogen holen lassen wir ganz schnell jetzt noch da hin so, wo war Cloud Rest nochmal? hier, Cloud Rest genau, 8 Tage oh, da ist der Diamant hä? wenn der hier mitten auf dem Weg ist warum wissen weiß der gesamte Volk nicht, wo das ist wenn er hier direkt mitten auf dem Weg ist muss man nicht verstehen, ne? ah, toll dann gehen wir mal hier rein und dann würde ich sagen holen wir uns in der nächsten Folge hier den Ebenerzbogen vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart ich bin's, euer Max Deus und Ciao! und Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020